Ist das wundervoll. Der ProSieben Comedy-Dienstag. Oh Mann! Wo liegt das Problem? Du hast ihn gefunden. Ja. Mein Scham. Verlass dich drauf und jetzt nimm mir, was dir gehört. Mögen die Spiele beginnen. Leck mich mal. Es kann losgehen. Oh, Alan, ververs und gestört. Krank? Hier ein Klang. Na schön, verrückt. Da kann die Sachen ja nicht leben. Der ProSieben Comedy-Dienstag. Mit den Simpsons, Toe La Huffman und Switch. Nächsten Dienstag ab 20.15 Uhr. ProSieben.